hallo und willkommen zurück zu unpacking ja letzte folge haben wir januar 2013 gemacht im umzug und haben alles ausgepackt und da steht dann auch unter dem bild in ruhe im bad zu genießen das hat mir gefehlt so jetzt geht es gleich weiter jetzt sind wir im jahr 2015 gut hier haben wir glaube ich wieder ein zwei trophäen zu machen und zwar einmal müssen wir die ganzen blumen irgendwohin positionieren wo es auch passt da kommen wir noch mehr blumen so da anfangen wir mal was haben wir hier ich habe keine ahnung diplom oder davon haben wir noch mehr von diesen kugeln ach guck mal hier erster platz für was auch immer so weiter geht's bücher draußen regnet zimmer gerade also in game also sehen wir uns auch nein wieder viele bücher hier laptop lassen dass wir hier liegen vielleicht brauchen wir das später woanders kisten noch ein kisten aus sogar bis stürmischer decke die lassen wir mal hier drauf was das ein spiel okay da haben wir schon alles vorher so ausschaut wollte geht auch ins rein platzmangel für die spiele regenschirm eine statue neue vom drachen oder schlange so jetzt haben wir das problem wir haben kein platz für die games für bücher haben wir noch platz das ist ein spiel das legen wir mal hier drauf noch ein spiel eine gießkanne ein 3d bild hier haben wir wieder ein poster das wir aufhängen können anti hero haben wir hier wieder könnte eventuell sein dass es wieder für die gläser sind noch mehr games so könnte man jetzt auch dvds sein bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher wo was wissen du so noch mehr gibt mir mehr ein blumentopf packen wir dich hin hier rein und noch einer was bist du jetzt bitte noch ein blumentopf ich glaube das werde ich mal hier in die küche packen wir mal gleich drüber so hier haben wir die nächsten blühen hier haben wir nicht viel zum auspacken das geht ja noch das packen wir mal hier oben drauf soll man hier wir sehen ja später wieder was davon falsch ist ich weiß nur wir haben hier auf jeden fall zu wenig platz die uhr ist noch eingestellt vom letzten mal hier ist noch unsere gleichung kann noch ein paar buchstaben dazu also wir sind im prinzip immer noch in der gleichen wohnung so wie es ausschaut kommt ein bisschen mehr dazu noch ein paar magnete die ganze zeit überlegen ob sie noch irgendwas gibt eine trophäe hier verpasst es ist eine schale hier oben zupacken so noch knapp ja wo packen wir dich hin noch mehr magnete wunderbar kommen nächste unser büro da haben wir jetzt auch wieder ein pc stehen ja aber nichts zum auspacken ok hier ist auch schon müll drin jetzt machen was so schlafzimmer da müssen wir glaube ich jetzt gleich die trofäe kriegen nicht aber hier noch pflanzen drin lassen wir gucken ein rucksack ist hier platz technisch aus ich weiß halt nicht ob da noch klamotten dazu kommen wir haben auf jeden fall wieder können wieder was hinhängen ok also es kommen noch klamotten dazu ok jetzt wird langsam kritisch dann hängen wir das mal kurz dazu hausen ach hier ist noch zwei jetzt drin jetzt geht es los lang so eine platz mangel hier können auch noch sachen reinlegen ich weiß ja nicht was mich hier noch alles erwartet guck mal da wie süß machen wir jetzt mit aufs bett hier käppi socken jetzt geht es weiter ja der hier rein nein nein na jetzt mich ärgern so weiter geht es mal erst mal das hier auf dem bett weg ok da haben wir eine lampe moment stellen wir den bäcker hier rüber zack aber wenn ich jetzt noch ein bisschen platz für die lampe so jetzt kommen hosen noch noch mehr hosen so tiger jetzt müssen wir gucken da gibt es auch noch eine trophäe ach du heilige warte mal jetzt müssen wir ein bisschen platz schaffen moment was der hochsack da unten rein nein ok müssen wir schaffen für die schuhe das hat noch mal kleidchen da müssen wir auch aufpassen je länger die schuhe das wird also wenn es noch länger wird dann passt das hier in dem gebiet nicht mal rein dann müssen wir wieder was tauschen aber noch geht es ja da hat noch platz bügel so genau das ist nicht so fair flauschige freunde da muss der tiger neben ein schwein sitzen für die trophäe gut weiter geht's da hätten wir die auch schon mal die trophäe das passt auch noch dahin das passt auch noch hin passt nicht mehr hin da gibt es nämlich schon los warte mal müssen kurz um switchen das passt rein okay noch ein bügel ich glaube wir haben hier irgendwo ein flughafen der nähe walkie talkies okay oder babyfone je nachdem nein so ein socken fehlt noch damals so dann kann das zu zum glück noch kurze sachen die kann man da oben noch aufhängen das ist dann schon wieder größer packen wir mal rein es wird aber langsam kritisch gut dann haben wir das ja auch gleich hier fertig kopfhörer was ist das wieder was zum hinhängen noch mal schuhe uiuiuiui hat mir da noch platz 123 aufpasst noch mehr schuhe jetzt wird es aber eng vor allen dingen fehlt uns hier noch ein schuh ne können wir die schuhe eigentlich auch hier rein machen oha 123 aber ich glaube die sollen hier nicht rein aber da ist diese schuhe noch alt gut sind wir so fertig gehen wir weiter ins bad ach guck mal hier ist noch eine pflanze wo packen wir dich denn hin hier so als dekor und da gibt es die nächste trophäe grüner daumen und da sind wir auch fertig danach wunderbar schmink set creme noch mehr creme erst mal hier alles rein noch eine zahnbürste ich glaube das ist für die augenbrauen die wimpern ich weiß es gar nicht ich kann mich da nicht so aus bei den frauen sachen hier was ist das ja da kommen wir hier unten rein das also fuß von der badewanne noch mehr dann packen wir das hier mit rein beziehungsweise das könnte man ja eigentlich alles hier reinpacken so noch mehr für unser gesicht hier ok warte mal jetzt müssen wir uns ein bisschen umändern das können wir nicht so lassen so noch mehr hart gut so ok jetzt haben wir noch ein karton und dann haben wir es gepackt so handtücher die waage steht jetzt aber auch blöd da ich dann erst mal da rein noch mehr handtücher warte mal warte mal müssen ein bisschen umändern so ok kann man hier rein stellen noch ein kam passt hier noch irgendwo rein nach unten ne nicht dann lassen wir uns da oben halten so was stimmt nicht hier passt alles die schuhe das war mir fast klar wo legen wir das hin ok da kann es liegen bleiben gut die schuhe packen wir die hin jetzt mal kurz gucken theoretisch können wir es damit hinpacken da passt sogar wunderbar so die müssen wir jetzt noch irgendwo wo passt gut nächste level geschafft ich freue mich total über so viel platz im kleiderschrank trophäe liebe ich wohne mit meinem freund zusammen gut dann hätten wir das auch geschafft wenn man 2015 und dann würde ich sagen nächstes jahr genau nächstes jahr nächste folge machen wir das nächste jahr dann bis dahin